1, 2, 3, dass du dann wieder eine Ansage machen kannst. Oh, delicious fish. Okay, 1, 2, 3, hau deine Ansage, nein. Hey, es hat sich gerannt. Los. Hallo. Hallo. Erst beschwert er sich, dass ich seine Intros kaputt mache und jetzt? Ja. Jetzt will er keine mehr machen. Ey, wir müssen neue Pilze pflanzen, ich habe nur noch einen dunklen. Ey, guck dir sogar mal, ich habe eben krampfhaft Tintenfische gejagt. Und jetzt schwimmt hier sogar neben deinem Haus auf dem Rasen einer. Das ist doch nicht wahr. Kann man den angeln? Ich wollte es mal ausprobieren. Ich angel jetzt erstmal eine ganze Weile. Das ist dann sehr interessant für Leute, die zu gucken, aber das ist mir egal. Ich angel jetzt noch. Das ist ausfällig. Ah, noch mehr Tintenfisch-Sache. Hm. Hm. Was machst du? Oh. Oh, das wollte ich nicht. Meine. Wenn hier nachher Fische oben liegen, dann... Es kann sein, dass du, wenn du angelst, in deinem Fisch hast, dass es dann hier nicht hochkommt. Egal. Ich probiere es zumindest aus. Ja, jetzt habe ich einen Angeln bei Corona-Termin. Hier ist so ein schöner Platz zum Angeln. Ah, ich habe mich verkeigt. Da fliegt das Ding. Oh, nee. Es kommt hier direkt wieder rund. Hä? Nein. Zu hoch. Jetzt klappt es. Wie bist du eigentlich auf mein Dach hochgekommen? Stört dich das, dass ich hier angel? Nö, nö. Ich wollte eigentlich von dem Dach aus, Angeln, aber es hat nicht geklappt. Wie bist du aufs Dach gekommen? Klar, ich habe mich hochgezaubert. Nee, sag mal. Ah, ich habe einen Fisch. Es hat geklappt. Alles gut. Du wirst noch ausfinden, wie ich hochgekommen bin. Nö, das Haus ist abgerissen. Irgendein Raum. Für Quatsch. Flieg, Angelnrute. Ich brauche was zu essen. Flieg und nicht die Angelnrute. Sag mal, wie das aussieht, wenn ich hier so Dinger hinmache. Auf hier, auf dem Balkon. Da bringe ich mal um. Ich angle gerade. Ich bin sehr konzentriert. Juckt mich das. Ich bin sofort bei dir. Wenn der Fisch angebissen hat. Ich warte. Ich lauere. Ah, Hawaii. Sieht komisch aus. Ich finde es. Ja, ich meine, ich werde noch alles voll hier. Ich mache mal. Dann gucke ich mal, wie es aussieht. Oh, jo. Ja. Schönes Bild. Das ist wieder das gleiche wie vom Anfang. Okay, ich esse erst mal mit Pisse. Okay, so, jetzt mache ich mal meine Küche fertig. Und dann fange ich mal an, mein Baumhaus hier ein bisschen zu verzieren. Wolltest du gerade sagen, ganz verpisse ich mich? Nee, das habe ich nicht gesagt. Ja, wolltest du das nicht sagen? Das wolltest du hören. Nee, das wolltest du sagen. Ich glaube, das wolltest du nur in deinem Geist hören. Nein, das wolltest du sagen. Das wollte ich nicht sagen, nein. Warum sollte ich sowas sagen? Sowas Verwerfliches. Was soll das denn schon wieder bedeuten? Weiß ich nicht. Ich pflanze noch ein paar neue Pilze, ne? Mhm. Ich suche eine Stelle, wo es funktioniert. Oh, hier geht's. Ha. Gleich hier vorne. Guck es dir an. Direkt so eine Stelle gefunden. Aber ich kann es hier nicht. Ach, kacke. Boah, ich weiß nicht. Das kriegen wir eh noch dazu. Hm. Hm. Was passiert eigentlich? Wo passt der Pilz hin? Hier stuckt die Katze rum. Flennen. Komm schon, komm schon, komm schon. Welche Katze? Weiß ich nicht. Irgendeine flennen hier rum. Hä? Zumindest eine gehört. Nachher ist es meine. Wahrscheinlich. Echt? Mann, wo passen hier Pilze hin? Ich kann ja nirgends pflanzen. Ah. Das nervt. Warum sind die so wählerisch? Pilz. Welches Level seid ihr eigentlich? Fünf. Acht. Und Annex? Vier. Oh, das ist aber doch schon einiges. Du bist schon lange gar nicht mehr gestorben. Ja, schon lange nicht mehr. Ja. Jetzt flangen schon diesen gammel Pilz. Komm schon. Hier ist auch ein Tümpfisch hinter meinem Haus. Wie kommt der da hin? Ich kann ihn hier auch nicht wachsen lassen. Da geht es bestimmt auch nicht. Mist. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich will mir Pilzsuppe machen. Fett. Da wächst er doch auch niemals. Du musst den Baum fällen. Das will ich jetzt aber nicht. Shit. Nein. Ja. Gott. Ah, da hinten wachsen voll viele. Ah, im Sumpf. Stimmt. Wachsen die nur noch im Sumpf? Weiß ich nicht. Aber manchmal kann man die auch so pflanzen. Ja, gell? Ich dachte eigentlich. Ja, gell. Komisch. Mhm. Mhm. Hm. Okay. Oh mein Gott. Okay. Ich fläche... Okay, ich ernte die jetzt einfach mal. Obwohl, wenn man einzelne stehen lässt... Oh, ich habe hier total die Bild hier. Wenn man einzelne stehen lässt, dann... Sieht irgendwie scheiße aus. Das fällt mir gerade so auf. War es dein Haus? Das, was ich ja gerade baue. Ah, das muss ich anders machen. Mann, ich will die Pilze mal wieder wachsen lassen. Komm schon. Ich will ein paar mehr haben. Ey, ich muss diesen Baum echt fällen. Aber ich habe nichts dabei dafür. Komm schon. Lass dich hier irgendwo pflanzen, Pilz. Pflanze dich. Oh mein Gott, das sieht auch gut aus. Er will einfach nicht... Die lassen sich immer zu nah am Baum pflanzen. Dann kann ich sie nicht wachsen lassen. Egal, ich nehme jetzt einmal ein paar Pilze mit. Oh. Jetzt habe ich hier einen Holzblock hingesetzt. Oh, hier gibt es auch schöne... Hier gibt es auch so ein paar Höhlen. Es wird schon wieder dunkel, oder? Echt? Ich komme zurück. Ich komme zurück. Gesprintet. Irgendwie kann man die Pilze nur in der Nähe von Bäumen pflanzen. Da muss man den Baum wegmachen, um die Wachstum zu lassen. Oh, ich habe überall Bildfühler. Was ist hier los? Ihr seid so still heute, habe ich das Gefühl. Oh, ich habe gleich einen Hund. Ja. Ich lausche mir auch die einfach. Das ist so spannend, mir zuzuhören. Äh, Alex ist immer still. Alex? Ist es noch da? Oh Gott. Ich denke mir mal echt, der Schreck. Manchmal denkt man das wirklich. Ja, wenn ich immer so oft rausfliege. Naja. Komm schon, Hund. Jetzt komm mit. Oh, ich habe einen Hund. Ich habe einen Hund. Bestaunt meinen Hund. Ich hatte auch mal einen Hund. Es tut mir immer noch leid. Vielleicht bringe ich dir irgendwann mal einen mit. Tut es dir gar nicht. Hat auch ein bisschen schon. Komm rein, Hund. Komm. Komm ins Haus. Und bleib hier sitzen in der Küche. Genau. Nein, nicht wieder rausgehen. Komm zurück. Wo rennt er hin? Hund. Du weißt es nicht. Komm zu mir. Irgendwie will er nicht ins Haus. Ach, komm jetzt komm her. Falsch, er will nicht in dein Haus. Nee. Ah, jetzt kommt er. Ja, komm. Komm. Komm rein. Ich schiebe ihn jetzt rein. Komm. Komm, beweg dich rein ins Haus. Oh, shit. Und da bleibst du sitzen erstmal. Aha. Erstes Ziel erreicht. Ich habe einen Hund gefunden. So, jetzt muss ich mir so viel machen. Wollt ihr auch noch? Ah, ich habe nicht so viele Pilze. Tut mir leid. Ich wollte euch keine Hilfe anbieten. So, ähm. Habe ich Wolle? Wolle? So. So. Ähm. Zwei schwarze. Ich mache euch noch. Das ist eine schwarze Wolle. Ich gucke. Nein. Nein, falsch gesetzt. Okay. Äh. Zack. 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 So, meine Küche ist eigentlich... Sieht echt seltsam aus. Eine Sache... Was? Das, was ich hier mache. Achso. Ich dachte, du meinst meine Küche. Nein. Ich will ja nichts sagen, aber ich glitsche. Du was? Ich glitsche. Du glitscht. Nein, ich glitsche. Glitsche. Ich war in der Treppe drin. Du glitscht. Glitscht, ja. Glitsche, glitsche, glitsche. Schon wieder. Ja, ja. Guck mal, guck mal zu meinem Dach. Ob du mich siehst? Ich habe dich gerade so ein bisschen gesehen. Steckst du da drin? Ja. Kommst du da noch wieder raus? Ja, guck. Ich glaube, das muss ich ändern. Mir gefällt das hier nicht. Ihr seid heute alle so still, habe ich das Gefühl. Das lohnt es mir doch nicht. Ich schlafe doch die ganze Zeit. Ja. Ich bin nicht zufrieden damit. Nein. Jetzt weiß ich nicht, welchen Stein ich hierfür benutzen. Ah, das sieht cool aus. Das ist eine Spinde, die will hoch zu mir. Komm. Komm. Ich finde es auch alle Tiere süß. Nein, nur Spinnchen sind süß und Schäfchen. Und, ja, Kühe manchmal. Und Hundis manchmal. So, meine Küche ist fertig. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Spini. So, dann mache ich hier noch eine Sitzecke hin. Das ist ein bisschen da an der Tür. Habe ich noch Zäune? Habt ihr noch? Oh, ich habe Zäune. Aha. Ich glaube, ich habe es ein bisschen zu klein geworden. Mist. Oh, die schlafen. Nein, ich schlafe nicht im Freien. Oh mein Gott. Jetzt ist sie da. Wollen wir die Nacht überspringen eigentlich? Ich arbeite sowieso im Haus. Mir ist egal, aber deswegen können wir die Nacht auch überspringen. Wieso kann Spinnchen jetzt doch hoch? Nein! Pressure page falsch gesetzt. Irgendwie sieht das komisch aus, wie ich das gebaut habe. Muss ich jetzt... Ah, das gefällt mir so nicht. Nein, 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 nein. Hm. Hm. Ach, das muss ich ändern. Oh mein Gott. Okay. Slow gestinken. Ich muss mir mal wieder eine Axt machen. Das ist komisch. Das ist komisch. Oh. Nee, er gefällt mir auch nicht. Ich habe irgendwie überhaupt keine Wände, wo ich Bilder hinhängen kann. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das ärgert mich sehr. Oh. Ich mag Bilder. Kannst du ja immer noch machen. Dann müsste ich aber Fenster rausnehmen. Und Fenster mag ich auch. Ich habe nur eine Zückmühle, sozusagen. Ich lasse es jetzt erstmal so. Was könnte ich hier noch hinbauen? Einen Kamin wollte ich auf jeden Fall noch bauen. Aber der passt hier eigentlich auch nirgends hin. Hm. Du sollst noch eine kleine Hütte für einen Kamin. Der ist ja blöd. Das ist ja... Nee. Vielleicht hier so drunter? Unter die Treppe könnte ich einen Kamin... Ja. Hier. Hm. Ich glaube, ich baue hier einen Kamin. Ich brauche eine Axt. Ich baue mir sogar eine Eisen-Axt. Hey, das gibt es nicht immer, wenn ich aufnehme. Ich werde überall angeschrieben. Jetzt ist Skype dran. Dann stelle ich doch auf Beschäftigt. In Skype bin ich ja immer als Offline, damit ich mich heute nicht zuspame. Aber wenn man beschäftigt ist, kriegt man dieses Geräusch auch gar nicht. Ja, aber... Sie. Es sind trotzdem bestimmte Leute, dass ich unbedingt spame, mich zu... Aber dann merkst du es nicht. Ja. Aber dann merken die es, wenn ich die nicht antworte. Oh, wir... Hatten wir nicht Lehm irgendwie? Ja. Bei uns im See drin. Ey, das hole ich mir... Können wir vielleicht bald mal die Nacht überspringen? Ich wäre sehr zufrieden, damit wir es machen können. Sehr zufrieden. Sehr zufrieden wäre ich damit. Ey, das sieht lustig aus. Was sieht lustig aus? Lustig. Lustig. Ich verstehe immer, was in meinem Sch... auszusetzen. Ich habe da nichts drin auszusetzen. Ich habe immer nach. Was manchmal ganz schön lustig klingt. Mhm. Mhm. Oh mein Gott. Was ist das?